Wer ist das da? Ey, bring mich nicht in Schwierigkeiten. Ich habe nur noch 758 Jahre, dann bin ich wieder frei. Alles gut. Öffne hier mal kurz die Tür. Ich habe nur noch einen Zelletik. Okay, das ist wirklich lustig. Wir müssen beide nicht reinlucken. Wir müssen sogar drei. Alright. Und dann sind es plus zwei. Nee, 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 nee. Wait, 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 wait. Shit, 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 shit. Nooo, fuck. Das hat nicht geklappt. Oh shit. Komm. Putt, putt. Komm. Junge, komm rein. What are you doing? Oh shit. Mach die Tür auf. Fuck. Tür zu. Tür zu. Wo bist du? Jetzt Tür zu. Wo bist du? B12. Ah, das Ding B12 zerschossen. B12, mach die Tür zu. Ich sag jetzt nicht. Shit. Was war da los? Fuck. Okay. Dann halt nochmal. Kann man die Tür bloß einmal zu machen oder so? Ich weiß nicht. Okay. Alles gut. Holy shit. Was war da los. Sind beide drin? Es sind beide drin. Willst du jetzt die Tür hier zu? Willst du jetzt die Tür zu? Können die irgendwie die Tür zu machen? Alter, ich check's nicht ganz. Und vielleicht muss ich irgendwie eher machen, dass beide mit dem gelben Ding hier reinkommen. Und mich dann hier nicht mehr sehen. Fuck, kein Leben mehr. Errungenschaft freigeschaltet. Vielleicht ganz kurz reinblitzen ins Licht und dann einmal rumgehen. Schwierig. Schwierige Sache hier. Nooo! Oh! Clementine, bitte lass mich wieder aus! Shit! No! Denenst? Wie kann man das schaffen? Okay. Gute Frage. Nächste Frage. Jetzt sind beide Typen zu. Fuck. Okay. Einer einzusperren ist ja einfach. Ja. Einfach. Wird er dann auf das andere Path? Tracing? No! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Nicht bewegen! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Tür zu! Nicht gut! Ach, come on! Kann doch nicht so schwierig sein. Tür zu! 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 Fuck! Junge, ist das schwierig! I don't know, was ich falsch mache. Und das braucht halt doch schon ein bisschen Zeit. Und das braucht doch schon ein bisschen Zeit. Na, das ist jetzt doof. Kommt beide wieder zurück. Mach die Tür zu, Tür zu, B12, Tür zu! Ey, ist das schwierig. Also mit dem Miauen funktioniert es zumindest schon ein bisschen besser. Ich kann ja einfach durch die Tür durch, ich bin so ein Vollidiot. Ich kann einfach beide hier reinlocken, Tür schliessen. Und ich kann durch die Tür... Alter, bin ich doof. Shit. Ich dachte, der kriegt mich nicht. Kann ich einfach reingehen, den anderen mit Miauen reinlocken? Und wieder raus! Puh! Endlich! Alter, das war vielleicht eine Geburt. Junge, Junge, Junge. Wer bist du? Was? 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 Du... Du... Mach... Hast... 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 Ha... Das war lustig. Ja, danke. Ähm... Bitte nicht die Tür inöffnen, danke. Leute? Clementine? Ah, Clementine ist schon weiter. Bye, bye. Endlich geht's weiter. Das ist doch vielleicht mal anstrengend. Ich glaube, gleich sind wir frei. Diese Tür, sie ist der einzige Weg aus dem Gefängnis. Ich glaube, wir können sie von dem Kontrollraum dort drüben ausöffnen. Wir müssen aber einen Weg finden, um in den Raum zu kommen. Schauen wir uns mal um. Ich möchte mich aber ein bisschen gründlich umschauen, bitte. Okay, da kann ich nicht hoch. Interessanterweise. Ah, noch kurz am Baum kratzen. Meine Kraten sind ein bisschen scharf geworden. Wir haben Glück, sie haben die Schlüssel stecken lassen. Spring auf die Ladefläche des Lassers. Du solltest in der Lage sein, über den Zaun zu klettern und so in den gesicherten Bereich zu gelangen. Ist gut. Ich weiß das nicht. Ah! 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 Das ist ganz leise. Das bewegt ja niemand. Das bewegt niemand! Fuck, 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 fuck. Holy shit, wie soll ich das schaffen? Muss ich nicht unter den Laster gehen? Er hat dich eigentlich angenommen. Muss ich einfach warten, bis die weg sind. Wahrscheinlich nicht. Das war's für dich. Nooo! Nooo! Fuck! Go, 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 go! Come schon! Sie kommen! Peter! Untertitelung des ZDF, 2020